Und damit herzlich Willkommen zur YouTuber-Insel in Minecraft. Was geht ab? Ey, was geht, Mann? Dann ist da noch Stadio-G. Was geht? Das wird das fetteste Bauprojekt aller Zeiten. Mr. Berger! Warte, und ist Mr. Berger? Komm, wir retten den schnell. Oh, mein kleiner süßer Hund. Warte mal, der kriegt erstmal was zu essen. Hast du ein Stück Fleisch dabei? Ernst? So. Oh, die kam, die kam, die kam was auf! Nein! Nein, er hat das hinterher getunden hat! Mein Haus! Ich hab Mr. Berger getunden! Ich bin Verteidiger des Netherite-Gardels! Alter, wir wollten eh grad zu dir kommen! Gerechtigkeit! Du hast dich anfangssteig angesch... Warte mal, da hinten ist ein Name! Da hinten ist Esju! Da hinten ist Esju! Da hinten ist Esju! Ich will sein Name! Netherite-Gard, wir brauchen dich! Netherite-Gard! Netherite-Gard! Häääh! Puhä. Komm her! R pressures! Ohhhh. ihn ausschalten du kennen die du musst deine miete zahlen du darfst heute mal mietfrei hier wohnen aber ich brauche kurz deine hilfe bei was dafür okay ja okay wenn es mir die miete natürlich dann ja ja kommen wir mit uns hier oben ist richtig viel emerald du siehst das nur wenn du hier oben drauf stehst ja das ist krass das ist er an anderen so ordnen wo es richtig viel aber der netherite die du erfüllen muss ja ist beginnt erst jetzt bei einbruch der nacht war du musst ja hier das schwert du musst jetzt nur mit dem helm hier runter gehen und gegen die monster eine minute lang überleben die ersten monster sind da zack nimm das junge du hast eine wertkrank in der hand gott die skeletten die machen richtig viel schaden wirst du es schaffen zusammen mit uns die insel übernehmen sprecht jetzt die insel in zwei hälften verstanden dass wir für das gute gekämpft haben wir dann hier und mir in die kommentare geschrieben dass wir die bösen sind und deswegen haben wir beschlossen leute wir werden das mit den netherite guards sein lassen leute schaut euch das mal an fünf stacks tnt werden jetzt die insel in zwei hälften zerspielen auf die plattform das war's gewesen wir blicken nicht zurück das ende wir verlassen die youtube insel macht's gut ja macht euer eigenes ding aber ich habe keine lust mehr tschüss youtube insel wir sind weg das ist unser neuanfang leute der große neu anfangen der haus hier haben ha 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 guckt euch das bitte mal an das ding ist ihr kennt das haus noch das ist dieser panda bitte kleiner paul berger ey leute das der das süßeste haustier ich glaube ich nenne den bumi 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 blume junge eigentlich noch une Untertitelung des ZDF, 2020